Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute habe ich für euch Best of Karibik, so richtig Sehnsucht, dann eine Nachricht von Mannes Meckenstock und danach gehen wir auf eine ganz besondere Zeitreise. Viel Spaß! Und jetzt nehmen wir euch mit in die Karibik und ich sage es euch ganz ehrlich, als wir die Bilder angeguckt haben, vorher und rausgesucht haben, da habe ich wirklich schwer, schwer, schwer gesäuft. Ich habe mich genau daran erinnert, als ich mit meiner Familie da war, wie da die Stimmung war, wie es gerochen hat, wie das Klima war und die Tiere und alles. Sehnsuchtsvolle Momente. Und jetzt für euch. Wir sind heute unterwegs und schauen uns ganz Quadloop mal von ganz nah an. Wir sind mit den Katamaranen an der Küste von St. Vincent lang gefahren. Rund um die Spuren von Captain Jack Sparrow waren einfach fantastisch. Ich gehe einfach nur los, irgendwo hin, auf jeden Weg. Ob klein oder groß, wartet ein Sinn und wir haben es erlebt. Nein, ich hab noch nichts genug. Wart mal wieder auf die Flut. Schwimm oder schweb, Leben ist Leben, Leben ist Leben. So langs es alles bewegt. Das I-Tüpfelchen war dann am Ende, mit den Pferden ins Wasser zu reiten. Dann war man eigentlich eins mit den Tieren. Das war fantastisch. Am schönsten fand ich tatsächlich das mit den Schildkröten, wenn man dann wirklich zwei Meter vor denen geschwommen ist und die aufgetaucht sind. Das war schon ein ganz besonderes Erlebnis. Ich gehe einfach nur los, irgendwo hin, auf jeden Weg. Klein oder groß, wartet ein Sinn und wir haben es erlebt. Ihre Kultur drückt ihre Lebensfreude aus, das merkt man. vor allen Dingen, wie glücklich und zufrieden sie aussehen. Also es hat uns sehr beeindruckt. Wir waren heute im Regenwald, war echt eine super Tour, war in Baden. Ja Mann, wie hat es dir gefallen? Super! Und dann... Einfach nur los, irgendwo hin, auf jeden Weg. Klein oder groß, wartet ein Sinn und wir haben es erlebt. Macht Spaß, ist ganz sicher toll, das würde ich Ihnen empfehlen. Vielleicht hat noch nichts genug, wagt mal wieder auf die Flut. Schwimm oder schweb, das Leben ist Leben, das Leben ist Leben, solange sich alles bewegt. Und jetzt kommt einer eurer Lieblingskünstler, ein Kölner Urgestein und Comedian bei uns an Bord. Mannes Meckenstock und er hat einen Gruß mitgebracht. Ja Guckuck, wenn mich die Leute immer fragen, was ist denn nun so toll an der AIDA? Kingers, ich bin privilegiert, ich kann da arbeiten, wo andere Leute Urlaub machen. Und ich persönlich muss sagen, ich finde es großartig. vor Publikum im Theatrium aufzutreten, du hast direkt eine Resonanz. Das ist anders als beim Fernsehen, wo du in so ein totes Teil da rein spielst und erst später merkst, ob es nun gut gewesen sein könnte oder nicht. Auf der AIDA erfolgt die Resonanz sofort, sonst spätestens am Frühstücksbuffet, ob du das hören möchtest oder nicht. Und ich muss sagen, ich möchte auch langsam wieder weg. Ja, so schön Deutschland ist, die Schönheit eines Landes erkennt man immer erst dann, wenn man mal woanders war. In diesem Sinne, Sail Away! Dankeschön! Liebe Freunde, wir waren im Archiv und wir haben uns gesagt, wir gucken mal, was früher eigentlich so an Bord los war. Also nicht früher letztes Jahr, sondern ganz früher. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. und jetzt wünsche ich euch Musik Liebe Freunde, das war lustig, oder? Und besonders tolle Frisuren gab es da auch zu sehen. Und jetzt freuen wir uns hier riesig, wenn ihr hier unten drunter heute Bilder von euch postet aus den 90er Jahren. Wenn es geht natürlich an Bord, aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Und Fokus liegt auf tollen Frisuren. Zum Schluss wie immer, und damit die Sehnsucht von Anfang sozusagen bis zum Ende der Sendung reicht, die schönsten Bilder von unseren Reisenden mit der wunderbarsten Musik von Bord. Viel Spaß und bleib gesund! Du bist mein ganzes Herz, du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden wie Riesen sein, uns wird die Welt zu klein. Dein ist mein ganzes Herz, du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden wie Riesen sein, uns wird die Welt zu klein. Dein ist mein ganzes Herz, du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden wie Riesen sein, uns wird die Welt zu klein. Uns wird die Welt zu klein. Uns wird die Welt zu klein.